Willkommens wieder zu der neuen Folge von dem Mini-Format Die meisten Truppen von einer Sorte Und jetzt werden wir Lakaien machen Die meisten Lakaien einer Sorte Und ja, hier gebe ich ihm jetzt ein bisschen Elixier Und so, dann gebe ich ihm noch mehr Elixier Damit er viel Elixier geprägt So, dann mache ich ihm noch kein Foto im Hintergrund Gebe ich ihm das ganze Elixier, dann mache ich viel mehr So, dann sparen wir auch Skelette Also, da werden jetzt immer mehr Skelette So, gut macht er das Klonig Und das tue ich der Und damit haben wir schon wieder nichts Wir müssen auf zweifache Faser aufspielen Das habe ich ihm schon gesagt Deswegen Ja, wir werden jetzt auf zweifache Faser aufspielen Und den habe ich gemisst Egal Er muss den einen Turm holen Ich werde jetzt hier hinten Und jetzt die jetzt setzen So, dann kriege ich mehr Elixier Mehr Elixier Mehr Und dann macht er jetzt Lakaien Freeze Und dann habe ich damit gewonnen Die meisten Schlappheim Und damit haben wir schon wieder die meisten Lakaien Und damit war es schon wieder mit der Folge von Miniformat